Hallo und Hi! Hallo und Hi! Hallo und Hi! Willkommen als Tray-Pai-Fan. Willkommen als Tray-Pai-Fan, Fancy Zyvern. Remake. Aber, malo, weiter wollen wir gleich noch gehen. Dann gehen wir mal weiter. Wenn wir dem Wasserlauf folgen, müssten wir Sektor 7 erreichen. Die Kanalisationen von Sektor 6 und Sektor 7 sind verbunden. Wenn ihr euch verlauft, dann lauft wie das Wasser läuft. Eine Regel des Slums? Nein, die Kanalisation dient Avalanche als Fluchtweg. In Notfällen. Wir dürfen uns nicht verlaufen. Ja, da vorne ist ein großer Kanal. Gehen wir als Tray-Pai-Fan. Uh, Slonauts. Uh, Slonauts. Oh, Kerstin. Ja! Oh! Was ist das? Ah! Ehh! Oh! Es ist geschafft! Opa, ich werde nicht mehr. Entschuldigung. Er ist doch ein... Ach, Mann. Ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr. Oh no! 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 Was? 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 Ich kann es nicht mehr sehen, ob ich es nicht mehr sehen kann. Okay, da ist es gut, da ist es gut. Okay, da ist es gut. Und da ist es gut. Ah, das ist gut. Oh, ganz schön intensiver Geruch hier. Oh, kein Wunder, dass es hier stinkt. Riecht ja schon in den Slums nicht besonders gut. Oh, das ist ein Wunder. Oh, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Oh, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Ja. Ja. Oh, I love this. I love this. I love this. I love this. Musik Ah, I'll save an item Ah, I'll save an item Ah, I'll save an item Ugh, never mind Ah. Nein, das stimmt. Ah, es ist nicht. Das war ein gutes Training. Das war ein gutes Training. Ah, schweißen, hmmm. Ah, schweißen, hmmm. Oh, mein Gott. Ah, ah. Wo sind wir schon kommen? Ah, mir geht es weiter, ja. Hm. Hier, wollen wir durch? Stockdunkel. Augen zu und durch. Du, Cloud. Nehmen wir an, Corneo hat die Wahrheit gesagt. Was könnte Shinra denn damit nur bezwecken wollen? Ich meine, es kann ihm doch nicht nur um Avalanche gehen. Nur um uns aufzuhalten, würden sie doch niemals all die Opfer in Kauf nehmen. Ich habe keine Ahnung, wie sie durch die Zerstörung von Sektor 7 profitieren könnten. Absolut nicht. Corneo muss gelogen haben. Typen wie dem darf man nichts glauben. Es ist nicht so richtig ausschi, wie es gut macht MusikENDEN sind es ist nicht so gut einsch. Ich spür's nicht mehr noch. Macht ja, sei das. Alter. Alter. Stammt aus der Zeit bevor Marco benutzt wurde. Würde mich wundern, wenn der noch funktioniert. Erstmal da. Erstmal da. Wappen mal wieder Heino, Wann. Wann? 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 Wirken hören. Wann gehen wir jetzt? Wann? Nein, Sie müssen euch das process. Wann? Ich weiss, lieber wy! Wann geht in die Horde, dass ich... Oh, okay. Money. Fast taste. Verding on toys. Verding on toys. Riesen enttäuscht. Na, gehen wir mal heitkuchen. Na, gehen wir mal heitkuchen. Jetzt wird aufgeräumt. Behäls ich gern. Ich bin bereit. Verritten. Bring es hinter uns. Ich bin hier entspannter. Hier sein Ahnung. Ja klar, mach nicht. Äh. Volle Konzentration. Mann. Pass. Ja. Verzih dich. Züh. Ist das was dann wohl. Ich weiß genau. Ich weiß genau, wie... Offen, du hast mir jetzt zapps, zapps. Ein Schlüssel? Wir werden starten. Besser wie nicht. Besser wie nicht. Ich glaube, dass wir noch nicht. Ich bin ein Mann, um hier. Ich bin ein Mann, um zu holen, um zu holen. Ich bin ein Mann, um zu holen. Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. 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 Hm. Verdammt, meine Gedanken rasen wie wild Ich weiß, ganz normal Die wollen Sektor 7 zerstören? Das kann sie nicht ernst meinen Aber selbst wenn, selbst wenn sie es ernst meinen, ziehen sie das bestimmt nicht durch Bestimmt nicht Ja Eris, weißt du etwa mehr? Wie? Tifa, Eris, kommt einzeln rüber Okay Ich gehe vor So Eris, jetzt du, alles klar Noch noch ein Stück Eris Schwing Das war knapp Danke, Tifa Doch nicht dafür Dir auch Weiter Hilf nicht Rasen deine Gedanken wieder? Ja Wir können die Zukunft noch ändern Du musst nur fest daran glauben Verstehe Wenn du meinst Denk einfach An was schönes Wenn Sektor 7 Gerettet ist Wenn wir es schaffen Könnten wir oben Bummeln Also Wir könnten zum Beispiel was hübsches für den siebten Himmel suchen Du und ich Warum nicht? Ja, klingt toll Ja 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 Ja, ja Ja, ja Wir müssen hier weg Halt mich fest Nicht loslassen Noch einmal festziehen Vielen Dank Ach was Ah. I can't cover that, I can't cover that. Ow. I can't cover that. 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 Das war's für heute. Was ist das? Ich schaue mir im Traum nicht aus! Ich muss bald wieder mal raus Auskiss Auskiss, Kind Ja, ich schlau brauchen Ich schlaue das Ich schlaue, ich schlaue das Ja,把 ich... JNB Fertig Ja, ich schlaue das Ich schlaue das Ich schlaue das Ja, der weiß ich Das war's für mich. Weiter geht's. 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 Das hat geklappt! 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 Seht mal! Geht es da etwa raus? Ich frage mich, ob sich der Wasserpegel irgendwie senken lässt. Oh, seht mal! Im Keller der Bar ist auch so ein Steuerpult. Damit lässt sich der Wasserzulauf regulieren. Kriegst du das hin, Anskönner? Wasserablauf. Das muss es sein. Geht nicht? Scheint kaputt zu sein. Rote Leuchte. Verstopfung im Abwasserrohr. Mit der manuellen Pumpe Müllansammlungen herausspülen. Das habe ich in der Bar schon mal gemacht. Okay, ich geh... Komm, Eris. Wir beide erledigen das. Cloud kann hier gucken, ob ein anderer Fehler angezeigt wird. Aber... Die Pumpe müssen zwei Gleichstarke bedienen. Wir sind gleich wieder da. Die Pumpe ist doch etwas anders. Die in der Bar ist viel simpler gebaut. Also los! Versuchen wir's nochmal. Los! Nicht so hektisch. Bereit! Das war perfekt! Ja, komm! Tschüss. Sunny moved up! Musik Musik Ver Adventknut Musik Schloss Musik Was? Was? Jetzt wird es gesparscht. Jetzt wird es gesparscht. Was? Versuchen wir es nochmal. Nicht so hektisch. Bereit! Warum? Klappt nicht. Wie? Ja! Huch! Ah! Versuchen wir es nochmal. nicht so hektisch und dann sind wir da aber nicht so hektisch Nicht so hektisch. Klappt nicht, wie? Klappt nicht, wie? Bereit! Du? Klappt nicht, wie? 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 Versuchen wir es nochmal. Nicht so hektisch. Okay. Klappt nicht, wie? Versuchen wir es nochmal. Nicht so hektisch. Klappt nicht, wie? 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 Komm, gehen wir zurück. Klappt macht sich sicher schon Sorgen. Okay. Okay. Klappt nicht, wie? Klappt nicht, wie? Was hast du erwartet? Was ist das? Geissen als sei... Dallustalo... Ja, Leute... Bis bald, danke... Tschau...